Hallo und ganz herzlich willkommen bei Saiboldsoft. Heute geht es mal darum, wie wir den autorisierten Ordnerzugriff in Windows 10 einrichten können. Ihr kennt diese neue Funktion eventuell von den neueren Windows-Versionen, besonders nach einem Upgrade in die neue Windows-Version, also in die 1803, wird der automatisch eingestellt. Bei manchen Systemen habe ich von meinen Kunden gehört und deswegen hier das Video. Ich habe hier exemplarisch mal den VLC Media Player bei mir im System installiert und wenn wir den auf und wieder zumachen, dann bekommen wir die Meldung, dass der überwachte Ordnerzugriff hier das Ganze verhindert hat, nicht autorisierte Änderungen wurden blockiert und wie wir das wieder rausbekommen, darum geht es jetzt. Fangen wir also damit an, dass wir als erstes die Einstellungen aufrufen. Dazu gehen wir unten auf unser Benachrichtigungscenter und dann hier auf alle Einstellungen. Jetzt hier auf den Button Update und Sicherheit, dann hier auf Windows Sicherheit, das war früher der Windows Defender. Jetzt hier Windows Defender Security Center öffnen und jetzt hier angekommen, klicken wir auf den Button Viren und Bedrohungsschutz. Ich mache das mal etwas größer und hier unten bei Ransomware Schutz gehen wir rein und hier seht ihr den sogenannten überwachten Ordnerzugriff. Bei mir ist er jetzt hier auf eingestellt. Um das Problem zu beseitigen, könnte man den überwachten Ordnerzugriff jetzt hier ausstellen. Da bekommen wir hier noch eine Benutzerkonto-Steuerungsabfrage, die wir mit Ja bestätigen und damit wäre das Problem quasi komplett behoben oder die zusätzliche Sicherheitsmaßnahme hier komplett behoben. Das birgt natürlich auch wieder die Gefahr, dass uns Ransomware-Programme hier austricksen. Deswegen hat Microsoft das Ganze ja hier eingebaut. Deswegen ist es sinnvoller, den überwachten Ordnerzugriff hier auf einzulassen und hier unten dann entsprechend unsere zugelassenen Apps einzutragen. Das geht indem wir hier auf App durch überwachten Ordnerzugriff zulassen klicken, dann hier auf zulässige App hinzufügen und jetzt hier wählen wir uns den VLC Media Player aus. Der befindet sich bei mir im Laufwerk C unter dem Programmerordner und dann hier Video LAN, VLC und dann hier VLC.exe. Das wählen wir aus, den Benutzerkonto-Steuerungsdialog wieder mit Ja bestätigen und dann steht VLC Player.exe hier drin und damit ist die App von dem überwachten Ordnerzugriff ausgenommen und kann im vollen Umfang auf unser System zugreifen. Wie gesagt, das ist aber euch überlassen. Wenn ihr das Ganze hier deaktivieren wollt, dann könnt ihr hier einfach den überwachten Ordnerzugriff hier rausnehmen. Das war's dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.